Diese Gymnastikringe hängen jetzt in der Bahn. Das ist eine gute Option für diejenigen, die nach dem strenueren physischen Arbeit hier auf der Fahne noch Energie und Bewegung im Palsis. Es hängen hier nun Gymnastikringe in der Scheune an dicken Balken. Eine gute Option für diejenigen, die selbst nach der anstrengenden körperlichen Arbeit hier auf dem Gehöft immer noch körperliche Energie und Bewegungsimpulse haben.